Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal der A&M. Heute geht es um das Thema Facebook-Marketing und vor allem Facebook-Werbung und wie du eine Werbeanzeige richtig erstellst, damit sie auch gute Ergebnisse liefert für deine Produkte, also Produkte rund ums Haus, ob das Küchen, Terrassenüberdachungen, Solaranlagen etc. sind. Das erfährst du in diesem Video. Viel Spaß dabei. So, wie gesagt, in diesem Video geht es darum, wie du eine Facebook-Werbeanzeige richtig aufsetzt, wie die ganze aussehen sollte, damit das Ganze eben gut funktioniert. Und das möchte ich dir hier heute einmal so ein bisschen skizzieren auf unserem coolen Monitor hier. Und zwar muss man sich natürlich erstmal überlegen, ja, wir machen das Ganze jetzt einfach mal anhand einer Terrassenüberdachung, ja. Und jetzt muss man sich überlegen, wie vermarktet man so eine Terrassenüberdachung über Facebook. Und ich zeichne dir das Ganze mal auf. Und im Endeffekt, wie das Ganze ja aussieht, wenn wir so eine Werbeanzeige erstellen, ist, ja, man hat hier oben sozusagen weitere Inhalte, ne, und da unten kommen dann ja wieder weitere Inhalte. Das kennst du wahrscheinlich, wenn du schon mal auf Facebook warst, hast du hier eben so dein Feed, ne. Und dann haben wir hier unsere Werbeanzeige. Und was du dir vorstellen musst, ist, das Allerwichtigste, was du mit deiner Werbeanzeige erreichen musst, ist, dass den Leuten erstmal diese Werbeanzeige hier unter den vielen Posts, die es hier auf Facebook gibt, überhaupt aufhält. Ja, der durchschnittliche Social-Media-Nutzer, der scrollt am Tag 90 Meter Social-Media-Feed. Ja, das sind, also ich glaube, das ist ein Fußballfeld lang an Social-Media-Feed-Content. Das heißt also wirklich, wenn du jetzt ein Handy hier entlanglegen würdest, das wäre so lang wie in dem Fußballfeld so viel scrollt, der durchschnittliche Benutzer in Social-Media. Und in diesem riesigen Wirrwarr aus Inhalten musst du natürlich jetzt herausstechen mit deinem Produkt oder mit deiner Dienstleistung. Und das ist erstmal das Erste, was du verstehen musst. Deine Anzeige muss irgendwie anders sein als alle anderen. Die muss irgendwie herausstechen. Und was haben wir da für Möglichkeiten? Wir haben entweder die Möglichkeit, hier ein, ja, wobei, eigentlich ist das ein bisschen falsch, weil eigentlich das Bild kommt erst da drunter und hier oben ist immer ein bisschen Text. Also das Ganze ist so, du hast hier so ein bisschen Text, ja, dann hast du hier den Mehr-Dazu-Button, dann hast du hier entweder ein Bild oder ein Video und dann hast du hier, ja, eine Headline. Ja, hier haben wir mal Bild oder Video, ja, und hier hast du eine Headline, die geht vielleicht so lang und dann hast du hier noch einen Button, wo man jetzt mehr dazu auf deine Webseite zum Beispiel klicken kann. Und wie Leute diese Inhalte konsumieren, ist, dass sie als allererstes auf diesen mittleren hier Bereiche schauen, ja. Sie schauen als allererstes hier hin und hier musst du sozusagen die Aufmerksamkeit erzeugen, weil das ist das Wichtigste. Ja, hier gucken Leute als erstes hin und wenn es dort interessant ist, erst dann, also hier ist sozusagen die Eins, ja. Wenn das interessant genug ist, dann ist hier die Zwei, dann schauen sie nämlich auf den Titel, worum geht es denn da eigentlich auf dem Bild? Das sieht so interessant aus, worum geht es denn da genau? Ja, dann gucken sie auf die Headline und erst dann gucken sie hier oben auf den Text, das ist die Nummer drei. Das ist der Beschreibungstext sozusagen, worum das Ganze geht. Und dann kann man hier sozusagen auf die vier klicken und dann klappt sich dieser Text nach unten aus und man kann dann noch mehr erfahren und hier ist dann sozusagen die Nummer fünf. Das ist dann der Button, der führt zu deiner Webseite zum Beispiel. Und dementsprechend merkst du schon, was das Wichtigste hier an deiner Anzeige ist, nämlich das Bild oder das Video, was du hier verwendest. Natürlich kann man sagen, naja, eine Terrassenüberdachung oder eine Küche oder so, die sieht jetzt nicht so spektakulär aus, aber das ist genau das auch, was wir hier bei der A&M natürlich häufig mit unseren Partnerbetrieben machen, ist, wir finden eben Bilderkombinationen, die eben trotzdem hochwertig aussehen, aber trotzdem das Interesse der Nutzer wecken. Ja, also zum Beispiel auch eine Küche, wo jetzt zum Beispiel mal die Schublade offen steht. Ja, warum steht da eine Schublade offen? Ja, das funktioniert zum Beispiel sehr, sehr gut. Und da musst du einfach darauf achten, erzeugt dieses Bild oder dieses Video Aufmerksamkeit in den ersten drei Sekunden, wo man hier so durchscrollt. Wenn das irgendwie interessant aussieht, dann hast du schon mal den ersten Schritt richtig gemacht. Dann Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer zwei ist die Headline. Und bei der Headline solltest du versuchen, die Vorteile zu kommunizieren. Die Vorteile, draußen sitzen mit der Familie im Trockenen oder da kennst du natürlich je nach Produkt deine Vorteile am besten, aber wichtig ist es hier, dem Interessenten zu kommunizieren, was er am Ende von deiner Küche hat oder von deinem Terrassendach. Also zum Beispiel, ja, mit der gesamten Familie Spaß haben beim Kochen zusammen. Ja, oder mit Freunden in der neuen, so bald kochen sie vielleicht mit ihren Freunden in dieser Küche. Ja, also sozusagen nicht nur, ey, wir haben hier eine coole Küche, sondern verbinde das Ganze auch noch mit Vorteilen, mit emotionalen Dingen, die deine potenziellen Kunden dann gerne haben möchten. Ja, also zum Beispiel Spaß haben, ja, gemütlich sitzen, sparen, ja, oder Sicherheit haben, wenn man jetzt über Solaranlagen oder so PV-Anlagen oder so spricht. Also überleg da, was ist sozusagen der Vorteil hinter deinem Produkt. Und das solltest du hier auf der Überschrift kommunizieren. Und hier Punkt Nummer drei bei dem Text. Dort ist es eben wichtig, da auch nochmal die Relevanz herzustellen. Ja, da kannst du zum Beispiel sagen, Bauherren aufgepasst. Ja, Bauherren aufgepasst. Wir haben eine coole Aktion für alle, die jetzt gerade ihr Haus bauen. Dort haben wir eine spezielle Aktion für alle, die sich eine Terrassenüberdachung zum Beispiel einbauen lassen wollen. Oder für alle, die jetzt eine Küche kaufen wollen, haben wir eine coole Referenzkundenaktion und so weiter. Dort kannst du wirklich hier so ein bisschen die Zielgruppe auch ansprechen. Ja, also an alle, also wie gesagt, Bauherren ist eine gute Sache. Oder auch zum Beispiel einen regionalen Bezug hier herstellen, ja. An alle Bauherren aus Dortmund zum Beispiel. Kannst du hier hinschreiben, dann hast du direkt so einen regionalen Bezug. Und das zieht dann Aufmerksamkeit. Das heißt, die Leute sehen das Bild, sie sehen die Headline und dann sehen sie an alle Bauherren aus Dortmund. Und dann wissen die, oh, jetzt bin ich angesprochen. Weil du kannst ja hier diese Anzeigen über Facebook dann auch, sag ich mal, ja, targetieren. Also hier soll immer so ein Pfeil sein. Du kannst da ja ganz genau targetieren und sagen, das Ganze soll nur in Dortmund angezeigt werden. In diesem Umkreis zum Beispiel, ja. Ja, und dann machst du genauso weiter wie auch hier in der Headline und beschreibst, was deine Terrassenüberdachung, was deine Küche und so weiter, was die besonders machen, was die Vorteile sind. Ja, und hier wollen wir eben keine, man unterscheidet immer so zwischen Features und Vorteilen. Ja, ein Feature wäre zum Beispiel eine drei Meter lange Arbeitsplatte aus dem und dem Holz. Ja, dass der Vorteil dahinter ist, ja, sie haben besonders viel Platz, ja, und können sich in ihrer Küche ausbreiten. Oder sie haben ein besonders hochwertiges Material, mit dem es immer wieder Spaß macht, in der Küche zu arbeiten. Ja, oder besonders langlebig, damit sie sehr lange was von ihrer Küche haben. Ja, da interessiert mich nicht, wie der Stoff heißt, aus dem dieses Material jetzt gerade ist, sondern mich interessiert nur der Vorteil dahinter, dass ich besonders lange was davon habe. Oder dass ich besonders, ja, also dass ich es schwer kaputt machen kann zum Beispiel. Also überleg dir da, was sind sozusagen die Vorteile hinter dem Produkt oder hinter dem, ähm, hinter dem Ding, ja. Also, ähm, ja, zum Beispiel Leute, die kaufen nicht den Nagel, weil sie einen Nagel haben wollen, sondern Leute kaufen den Nagel, weil sie was an die Wand hängen möchten, ja. Ja, wenn du den Leuten sagst, das ist ein besonders schöner Nagel und der ist besonders toll, das und deswegen, ja, die Leute wollen letztendlich einfach nur das Bild an der Wand haben, ja. Und darum geht es hier eben. Hier musst du eben mit deinen Vorteilen kommunizieren und dann das Ganze eben auf deine Webseite überleiten. So, das ist jetzt erstmal so im Groben und Ganzen erklärt, wie so eine Werbeanzeige eigentlich aufgebaut sein sollte und was dabei wichtig ist, ja. Ja, noch weiter ins Detail kann ich jetzt nicht gehen, das würde hier den Rahmen sprengen, aber ich denke, das hat dir schon mal geholfen, um so ein bisschen eine Idee zu bekommen. Wenn du Unterstützung bei deinem Marketing haben möchtest und sagst, ich will das hier, ähm, ich habe das zwar verstanden, das macht auch alles Sinn, aber ich möchte das eigentlich Profis überlassen. Wir machen das den ganzen Tag, wir machen das jeden Tag hier für Fachfirmen rund ums Haus und wir können das gerne auch für dich übernehmen. Wenn du da Interesse dran hast, dann klick hier mal unter dem Video auf den Link, am-beratung.de, da kannst du dich eintragen für eine kostenlose Beratung bei uns und dann können wir dir mal zeigen, was wir da machen können, ja. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen, lass gerne den Daumen oben da oder abonnier auch den Kanal, damit du nichts mehr verpasst und ich wünsche dir noch einen geilen Tag und bis zum nächsten Video, bis dann, ciao.